Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und zuständig für eure Grundausbildung. Von nun an werdet ihr nur reden, wenn ihr angesprochen seid. Und das erste und das letzte Wort aus eurem dreckigen Maul wird Sir sein. Habt ihr Maden das verstanden? Sir! Jawohl, Sir! Bullshit! Ich hör ja nichts. Habt wohl alle nur Luft im Sack? Sir! Jawohl, Sir! Wenn ihr Ladies meine Insel verlasst, wenn ihr meine Ausbildung überleben solltet, seid ihr eine Waffe, seid ihr Priester des Todes und betet am Krieg. Aber bis zu diesem Tag seid ihr Dreck. Seid ihr die niedrigste Lebensform auf Erden. Seid ihr noch nicht mal annähernd sowas wie Menschen. Seid ihr nichts anderes als ein unorganisierter Haufen von amphibischer Urscheiße. Ihr werdet mich nicht mögen, weil ich hart bin. Je mehr ihr mich hasst, desto mehr werdet ihr lernen. Ich bin hart, aber ich bin fair. Rassistische Bigotterie gibt's hier nicht. Ich kenne keine Vorurteile gegen Nigger jeden Spaghetti ist Latinos. Hier seid ihr alle zusammen gleichwertlos. Und meine Augen erlautet alle Schlappschwänzer auszusondern, die nicht kräftig genug sind für mein geliebtes Chor. Habt ihr Maden das verstanden? Sir! Jawohl, Sir! Bullshit! Ich kann nichts hören! Sir! Jawohl, Sir! Wie ist ihr Name, Saftsack? Sir! Private Brown, Sir! Bullshit! Von jetzt an sind sie Private Schneewittchen. Gefällt Ihnen der Name? Sir! Jawohl, Sir! Aber es gibt was, das wird Ihnen nicht gefallen, Private Schneewittchen. Es gibt nicht Brathänchen und Wassermelonen jeden Tag als Hauptmahlzeit in meiner Kantine. Sir! Jawohl, Sir! Sind Sie vielleicht John Wayne? Oder bin ich das? Wer hat das gesagt? Wer zum Teufel war das? Wer ist dieses miese Kommischwein, dieser Hobbyarschficker, der gerade sein Todesurteil unterschrieben hat? Keiner, was? Ist wohl der verfickte Weihnachtsmann gewesen? Ist ja wunderbar! Ich werd euch schinken, bis ihr am Verratten seid! Ich schinkt euch, bis euch Butter mich aus dem Arsch noch läuft! Waren Sie das, ihr heutiger kleiner Ficker? Sir! Nein, Sir! Sie kleine Haufen Scheiße! Sie sehen aus wie ein Wurm, ich werd Sie warst! Sir! Nein, Sir! Sir! Ich war das, Sir! Na, das ist ja toll! Wen haben wir denn hier, einen verkannten Komiker? Private Joker! Ich bewundere Sie aufrichtig. Sie gefallen mir. Kommen Sie doch mal zu mir nach Hause und ficken Sie meine Schwester! Ihr Arsch kommt auf meine Liste! Sie werde ich mir merken! Hier wird nicht gelacht, hier wird nicht geheult! Garantiert, das prügel ich euch in die Kämpfe rein! Jetzt stehen Sie auf! Los, auf die Beine! Jetzt lassen Sie besser Ihre Faxen, sonst reiß ich Ihnen den Kopf ab und scheiß Ihnen in den Hals! Sir, jawohl, Sir! Private Joker, warum wollten Sie zu meinem geliebten Kurs? Sir, um zu töten, Sir! Sie sind also ein Killer! Sir, jawohl, Sir! Zeigen Sie, wie ein Killer aussieht! Sir! Wie sehen Sie im Kampf aus? Ah! Jetzt zeigen Sie mir, wie Sie aussehen wollen! Ah! Bullshit! Das lässt mich völlig kalt! Zeigen Sie mir, wie ein Killer aussieht! Ah! Vor Ihnen hätte ich keine Angst, lügen Sie! Sir, jawohl, Sir! Was ist Ihre Ausrede? Sir, Ausrede wofür, Sir? Ich stelle verdammt noch mal die Fragen hier, Private. Haben Sie verstanden? Sir, jawohl, Sir! Na, dann danke ich Ihnen vielmals, Private. Kann ich auch mal was sagen? Sir, jawohl, Sir! Sind Sie etwa flau im Magen oder nervös? Sir, das bin ich, Sir! Dann mach ich Sie also nervös! Sir! Sir, was? Wollten Sie mich gerade ein Arschlach nennen? Sir, nein, Sir! Wie groß sind Sie, Private? Sir, 1,75 Meter, Sir! 1,75 Meter? Seit wann kann man Scheiße so hoch stapeln? Dabei scheißen Sie mich doch um einen Zentimeter, hä? Sir, nein, Sir! Bullshit! Sie kommen mir vor, als wäre das Beste von Ihnen damals am Arsch Ihrer Mutter runtergelaufen und als braune Soße auf der Matratze geblieben! Man hat Sie überschissen! Wollt zum Teufel kommen Sie überhaupt her, Private? Sir, aus Texas, Sir! Wunderscheiße aus Texas! Nur Stiere und Schwule kommen aus Texas, Private Cowboy! Und nach dem Stier sehen Sie mir nicht gerade aus, also wird die Wahl doch eng! Sind Sie Schwanzlutscher? Sir, nein, Sir! Oder ein Pfeifenraucher? Sir, nein, Sir! Sie sind doch garantiert dieser Art von Typ, der fickt jemand in den Arsch und hat dann nicht mal das bisschen Anstand, dem wenigstens auch einen runterzuholen! Sie, merke ich mir vor! Haben Ihre Eltern je lebende Nachwuchs gehabt? Sir, jawohl, Sir! Ich wette, das tut Ihnen leid! Sie sind so hässlich, Sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein! Wie ist Ihr Name, Sie, Fettsack? Sir, Leonard Lawrence, Sir! Lawrence, Lawrence, war's von Arabien? Sir, nein, Sir! Der Name klingt richtig adelig! Sind Sie adelig? Sir, nein, Sir! Lutschen Sie Schwänze? Sir, nein, Sir! Bullshit! Ich wette, Sie saugen glatten Golfball durch den Gartenschloss! Sir, nein, Sir! Ich kann den Namen Lawrence nicht ausstehen, nur Schwuchteln und Matrosen heißen Lawrence! Von jetzt an sind Sie Private Paula! Sir, jawohl, Sir! Finden Sie mich süß, Private Paula? Finden Sie mich komisch? Sir, nein, Sir! Dann hören Sie endlich auf, so ekelhaft zu grinsen! Sir, jawohl, Sir! Werd ich es noch erleben, Svithat? Sir, ich versuch's ja, Sir! Private Paula, ich geb Ihnen drei Sekunden! Genau drei geschissene Sekunden! Dieses bescheuerte Grinsen in Ihrem Gesicht abzustellen! Oder ich drück Ihnen die Augen aus und fick Ihnen durch die Leise in den Schädel! Eins, zwei, drei! Sir, ich kann aber nicht mehr... Bullshit! Rund auf die Knie, Sie Saftsack! Jetzt erwürgen Sie sich selber! Verdammt noch mal mit meiner Hand, Sie Vintay! Sie sollen meine Hand nicht anfassen! Ich sagte, erwürgen Sie sich selbst! Also beugen Sie sich nach vorn und erwürgen Sie sich selbst! Weil Sie sich selbst! Wenn Sie sich selbst! Ich schau den Zennheil!